um Jo und Herzlich Willkommen zu seiner Wörter von Mensch zu Gäser und Fokatschen der Mannschaft mag schreien aber das wäre ja mal wieder ein Fehl gewesen das ist einmal gesatten Erfolg haben wir zu tun ich weiß dass aus Versehen er nur in der Abilieger hat einen ich bin auch dabei genau so ich wollte schon sagen da nicht passt hier aber er weiß ja dass es immer nur ein Scherz ist aber auch die Erfüllung zu mal gucken naja bei eben hier und alles so sich ein solcher Meinungen das gerade in der Aktion da hat so komisch gelacht hast ich habe bei mir eigentlich dann gewöhnen dass ich das mache man so zwischendurch ich würde jetzt gerne Prozent ich baue schon mal so ähnlich den Schacht ja du weißt wie groß er vier in der Mäste sein genau und er kann und das einfach mal einmal nach oben und dann bau ich das gleich mit den Schildern wieder weil ich würde sagen könnte ich jetzt hier schmalten so auch Tieren ein paar Eichen Holze Zlinge und generell Sitzlinge mitnehmen da hoch Eichen was und Schacht man verstehe ich nicht weil es sieht besser aus finde ich zumindest naja wenn ich jetzt hier so einen Strand nach so leichten dann sieht es gar nicht wie willst du das denn sonst nach oben machen naja man muss einfach nur hoch er soll ja ich verlaufen nein ich meine es wird sonst ein Fahrstuhl machen ich finde das halt nun Fahrstuhl Schacht schöner aussehen und es heißt die die und so so ist immer ein altes also alles alte was wir hier noch drin haben ein mit so kämpft hier Prozent R1 der Mähen schießt Böning in den Tieren nach vier jahre R1 nach vier jahre du siehst gern ich frage mich wie vor allem welchen Orgum ab vor allem weil ich einen Orgum ab ich würde ich tun bisschen equipment bei dir doch noch ein das ist alles was ich bei mir nicht mehr reinlegen kann es ist mir egal das ist gut wird es egal ist ich sollte mal eben eine Werkbank bei mir holen wo stehen in der Lichtsfakt wird er sofort standet oder eine Werkbank in der Kiste oder im Winter ein Ende der Kiste da ist aber gerade keine mehr es geht um die Hälfte und und irgendwo hingelegt in das Niveau beim Gucken jetzt erst auf wo ich die hingelegt ach da ja ja zwei Werkbänker in der Kiste im Karten überlegen wie ich das Bauer so dass es halbwegs strandmäßig aussieht erkennt du das Problem wenn du mitten in der Völker auf Klo musst er ja Rhein-Pfalz hat was mir da passiert ist du musst auf Klo fragt mich wie in der Aufnahme des Nichts sagen nach einer das sind die von mir gewöhnt wenn man im Fackeln und was essen da fackelt er nicht lang hoch so wo was den Schacht schon angefangen ich bin gerade dabei also hier wo das Sand ist die Vierer sind also warte das Ding muss ja ungefähr so wo soll der Eingang hin warte 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 eigentlich warte füllen wir mal weg die zwei ja ich will hier eigentlich ich würde das aber dann ein höher machen oder willst du den ganzen Boden hier ein tiefer setzen beitere es ist eigentlich so machen in der Art das war den an die aber trotzdem ein tiefer sitzt guck mal so also ein höher und dann könnte man hier den Schacht jetzt drauf machen dann wird der Scherber hier das Sand immer rausnehmen warum er muss doch gleich er denn hier oben drauf ja da verschwenden hat er sich dann mal sieht es gibt besser aus ach und du hast dich hier um einen verzählt du Vorgel hast du Erde könntest du sagen ich einmal dich zu machen bitte ich hab Erde gut gut grobe und normale es ist egal einfach da wo der Kabel sondern auf dem Boden liegt außerhalb von unserem Aufzug Schachtgrat bitte einmal hinsetzen dann und da ich kein Fusch am Bau macht muss ich mal eben hier auch ich mag deine Zuschauer ich mag deine Zuschauer 150 Views in zwei Stunden mal wieder kommst du denn äh bis bis nach ganz oben äh bis nach ganz oben ist mir egal ich werde so machen bis zu der Städte wir müssen ja noch höher bis zu der Stütze erstmal also da wo du grad stehst also hier oben guck mal bis da oben zu diesem warte ich komm grad hier an der Seite ja hier ach da ist ja noch einer guck mal hier geh mal nach weiter zur Seite noch hier oben stell ich mal aufzukinnen hier beim Aufzukinnen hoch nein beim Alten egal ich bin ich sehe dich bis hier habe ich jetzt mal gebaut ja dann ist auch erst mal ja man kann ja eh verschiedene Abzweigungen machen ja gut das ist ja nicht recht mit dem Sand der Opus in der Opus in Deutschland einfach mal ein bisschen das Sand ach ich bin ich mal zu dir tp äh die baukott ab ist mir noch egal ja ich bin sie jetzt hier geschlagen so nicht weil ich hab den da extra eben mit dem Eintritt zu gelassen und so ab'n guck mal hier oben an ich glaube ich weiß und meint es sei hier oben da erste Ausgang ja ich sage machen wir hier noch mal ein bisschen erde so dann müsste ich hier trotzdem aber ein bisschen fack der halte ich war fast unterflogen der früher war ich übelst kreativ gewesen es glaubt ja auch die ersten kräfte fraus wenn du kreativ bist nein ich weiß doch wie es meint aber du weißt doch auch wie ich es meinen wir hatten wenn du früher kreativ warst das bis jetzt zu weit werden nein ich meine jetzt die kreativiert ich weiß noch hallo verstehst nicht mein scherz da verstehe ich aber so guck mal also dann soll hier oben schon der erste ausgang dann geht sofort aus über auf dem überlebensmord zack zack was ich noch einmal in ihren Weepern zu nennen um doch würde gern hier um sie noch mehr so schön normalerweise ist die scheiße aus wenn sie trocken wollen erde irgendwo eine wolle er volle erde kummerlich hat sie werfen da hinten liegt ein bisschen noch Danke. Das ist alles, was ich habe. Ich kann ja gleich von oben noch was mitbringen, sonst. Ich kann ja nochmal unten gucken. Ja, guck mal in meiner Kiste. Okay. Ich bräuchte da noch so ein Ding. Ach, und soll ich das wieder mit den geschützten Kisten bauen? Geschützten Kisten? Geschützten. Passwortkisten. Das ist mir eigentlich egal. Musst du nicht mal, dann musst du nicht so viel. Ich muss das alles nachher noch einsatzieren. Ich habe mir einfach mal alles genommen. Ich muss da mal runter wegen den... Dort ist nichts mehr. Hast du noch Stöcke zufällig? Nee, aber Holz habe ich bei mir in der Kiste. Ich habe auch noch ein bisschen erwollt. Weil der ist noch verarbeitet, das. Ja, du... Kannst Biertenholz aus meiner Kiste durchnehmen, wenn du willst. Akazienholz, meine ich. Ja, Akazienholz nicht. Akazienholz brauchen. Ja, das war eh nur vier... nee, zwei Stück. So, ich bin nach oben, wie damit im nächsten Teil vom Aufzug. Bin, wenn ich mir meine die Let's Place, wo ich dabei bin, das klinge, übel scheiße. Tust du auch. Meistens. Ein echter klinge ich ja viel besser, also. Ja, so hast du dich aber in Skype auch an. Was? So hast du dich wirklich in meinem Skype an. Wie, deine Folgen? Ja. Scheiße. So hast du dich für mich immer an. Und bei TS auch, ne? Ich kenne dich noch nicht anders, also anscheinend ja. Ne, wir haben ja früher TS gemacht. Ja, ich kenne dich ja trotzdem nicht anders, als wie du dich jetzt anhörst schon. Müssen wir uns mal original treffen, da weiß ich nicht mehr. Ich weiß ja auch, wo du wohnst. Echt, wo es sagt? Äh, in der Fall. Du wohnst im Kreis Sachs, also, ähm, Bundesgebiet, also hier in Sachsen. Nein. Wo denn? Ist, ist Thüring nicht in Sachsen? Nicht in der Folge. Fuck. Alter, ich will hier fast... Achtung. Ich habe auch ein bisschen gebaut, ne? Überlebt man das, wenn man... Wenn du von da oben runterfällst, wo ich gerade runtergesprungen bin, ja. Von da, wo... Ey, geh mal auf Seite. Geh auf Seite. Geh auf Seite. Hä? Ja, dann sehen wir uns gleich zurück. So, das sind wir wieder. Ach, du heiliger Gegenben. Jetzt ist das Ding gerade angehört. Was ist los gewesen? Ist dein Internet abgekackt? Na, ich glaube, äh, es ist so. Ja, du hast aufgeregt. Ne, du bist auch von Sama kurzzeitig geflogen. Ja, ich wundere mich. Auf, was ihr uns eingesammelt? Nein, ging nicht. Warte, jetzt hat Todespunkt. Äh, da hast du... Du hast... Womit noch meine Sachen, warte. Ja, warte, ich werf dir was runter. Warte, ich komm jetzt mal nach hier oben. Hast du jetzt runtergeworfen? Nein, im Ernst! Werf mal runter. Das sieht aus... Aber wir müssen jetzt eh mal diese Folge beenden. Na, wie sagen Sie? Wir müssen in der nächsten Folge... Minecraft. Und ich wollte schon, wer mag sagen. Minecraft Together S2. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Da. Auf. 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 Vielen Dank.